Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Auflösen Marsch, begrüßt dich von deinen Trecker um. Dann kaufen wir uns einen Frontlader. Soll ich den Trecker um. So. Soll ich den Frontlader und dann kommen wir auf. Haha, das ist egal. Soll ich den Trecker um. 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 Was kind of big. Was in the right line. Der ist richtig gevolleigt. kann es ja nicht sein das ist ja auch in der Welt, das ist ja auch in der Welt, was das daran an ist unterscheiden kann man schon eine andere Farbe nehmen kann man Das ist eine spezielle Geräte für. Das ist doch froh, testen zu können. Das ist so, teste. Der Geräte ist doch froh. alle probieren oder nur mieten technik gute frage das reichen würde so 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 netherström so 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 Ich habe die Formen mit dem Buss. Ich habe die Formen mit dem Buss. Ich habe die Formen mit dem Buss. Gute Frage, oder bestimmt, hier die Ecke werden wir machen, ja pss, obwohl der diese Kurbel nicht gekriegt, aber das ist nichts Neues, er wird noch nicht passen müssen. Die Frage ist wohl, ich prob mal, hier am besten reinhängen. Traktor Traktor Das wäre die Logik, ne? Ja, ich habe die Zeit gebeten, ich habe die Zeit gebeten, ich habe die Zeit gebeten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Gut, jetzt holen wir mal den Traktor. Und zwar können wir auch ein Dings kaufen für Radlade, Rundlade, Ballenspieß, kostet nicht die Welt. Nehmen wir einen Roten dazu. Wie wir hier einen Strom kriegen und wichtiger ist, dass wir wieder hier dran kommen. Wir haben hier schon da drauf. Okay. 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 Schlecht. Schlecht. A der kant. Schlecht. 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 Okay, kann man... Befragt. Okay, dann seid mal für die Folge mal zu Ende, was euch gefallen, ein bisschen Action und Spannung. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet, seid mal dabei und bis zum nächsten Mal. Wie schön und Spannungi? Durch diese Folge mal zu Ende, was euch gefallen, wisst ihr euch, früher, was euch gefallen? Ich Oui, gut, ist es für sie damit, was euch gefallen. Okay, dann seid ihr schön, warum ihr das? Während euch der Corona-Sack ist, wenn ihr euch gefallen, wird euch gefallen, ein storing, Wenn ihr euch gefallen zayıftet, geht euch. Dann haben euch eine ungeralte. Und ich würde mich gefallen, wenn ihr euch gefallen, wenn ihr euch gefallen oder euch gefallen hat,